Hallo und herzlich willkommen auf unserem A-Theater-Kanal aus dem Schnittstudio Böttger. Schnittstudio Marvin, hier ist ein Bier zu sehen und das heillose Chaos, was die letzten Wochen angerichtet haben. Denn ich bin eigentlich Tontechniker und nicht Videomeister und definitiv auch kein Streaming-Beauftragter bisher gewesen. Ich habe weder mit Schnittsoftware noch mit den unfassbaren Datenmengen, die man mit Video zu tun hat, die Erfahrung gemacht. Insofern erstmal ein riesen Respekt und Applaus an alle, die mit Video arbeiten. Meine Fresse, was ihr euch da antut, das ist ja die Hölle auf Erden. Jetzt haben wir gestern eigentlich drei Sets veröffentlichen wollen. Es ist nur eins online gegangen. Das tut mir sehr leid. Es liegt an mir. Es liegt an der schlechten Internetverbindung, die wir im A-Theater haben. Also die beiden anderen Sets hätten wir gestern hochladen wollen. Die Uploads sind mehrfach abgebrochen. Und nachdem wir das eine Set hochgeladen haben, ist uns ein Fehler in der Typografie des Namens aufgefallen, weil ich nicht tippen kann und die DJs nicht kenne. Da ich eigentlich nur die Konzerte machen. So, Cavaro lädt jetzt hoch. Ich hoffe, dass ihr trotzdem auch tagsüber macht die Fenster auf und macht die Anlage an und lasst es richtig rappeln. Und das dritte Set kommt auch gleich. Währenddessen könnt ihr euch einmal kurz umschauen. Nicht mehr in meinem Chaos, sondern vielleicht einmal in unserem Live-Video-Studio, wo wir die Konzerte aufnehmen. Wie man sieht, das ist eigentlich unsere A-Theater-Bühne oder die Waschzentrale. Dort sitzen dann unsere zwei bis maximal drei Zuschauer. Denn drei Mitbewohner habe ich. Und wenn das Wetter gut ist, schneide ich hier ab 7 Uhr morgens. Techno. Ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel, dass die Streams gestern nicht mehr online gegangen sind. Ab nächste Woche wird alles besser. Da sind dann die Streams ohne Nachbearbeitung und ohne Schnitt nach der Aufzeichnung zum Upload bereit. Aber die technischen Voraussetzungen musste ich einfach erstmal schaffen. Ja, macht's gut. Rave on. Und bleibt gesund. 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 Und bleibt gesund.